RS 3 nach Herlingen, nächste Station, Ulmsöflingen, nächster Halt, Ulmsöflingen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RS 3 nach Herlingen, nächste Station, Blaustein, nächster Halt, Blaustein, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RS 3 nach Herlingen, nächste Station, Herlingen, nächster Halt, Herlingen, dieser Zug endet dort. Wir hoffen Sie hatten eine angenehme Reise und würden uns freuen Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.